Klipp und Klapp! Klipp und Klapp! Klipp und Klapp! Ich möchte meine grosse Schwester Hilfe machen, mich beim Hausaufgaben machen. Das finde ich gut. Ich habe meinen grossen Bruder gern, weil er mir viele Sachen beibringt. Er spielt mit mir viel. Und er sagt immer, ich soll kommen, weil er nicht, dass ich mich irgendwo verlaufe. Ich habe einen Zwillingsbruder und der hilft mir manchmal auch bei den Aufgaben ein bisschen. Er ist sehr ernährt und dann spielt man manchmal auch etwas zusammen. Ich habe einen kleineren Bruder und der ist 5. Und der nervt mich viel, weil er immer so Sachen spielen möchte, wenn ich die Hausaufgaben mache. Und dann stört er mich immer wieder Hausaufgaben. Klipp und Klapp! Klipp und Klapp!